So, schauen wir mal weiter. Hier ist immer noch alle Farben, da brauche ich noch... Was haben wir hier? Blink-182 ist auch das Richtige. Es ist auch Blink-182 drin. Ja, eins der neueren Album fand ich nicht ganz so cool wie die alten Sachen. Bin halt ein bisschen Blink-182 aufgewachsen und dieses Jahr auch Konzert angesagt, würde ich sagen. Also ich habe mir schon ein Dicket geholt. Das Album fand ich nicht ganz so cool, gibt viele Sachen, also Wishing Well fand ich ganz gut, ein Kaleidoskop. Aber nichts im Vergleich zu den Anfängen von Blink-182, also auch so Sum 41, sowas, finde ich alles ziemlich geil. Geht man gut zu ab und kann schön mitsingen. Mach ich hier mal dahinter und wir sehen uns demnächst.